So Leute, willkommen zur erstmal letzten Folge Apex Legends. Das kann sein, das weiß ich jetzt nicht, ob diese Runde schon mal gekommen ist, ich bin mir nicht sicher. Weil ich hab hier notiert, dass es maybe eine doppelte Runde ist, die ich schon mal hatte, vor etlichen Videos. Aber wenn ja, dann spielt's keine Rolle, es geht jetzt hier nämlich darüber, was, wieso, weshalb, warum Apex Legends auf meinem Kanal endet. Und zwar geht's mir persönlich darum, ich möchte das Spiel abschließen, da ich es nicht mehr regelmäßig spiele. Ich spiele es ganz, ganz selten und wenn ich es spiele, dann für ein, zwei Runden und dann bin ich davon leider aktuell etwas genervt. Meistens nicht wegen dem Spiel, meistens eher wegen der Community oder einfach, weil es immer das gleiche ist. Selbst eine neue Map, neue Waffen oder neuer Held würde nichts dran ändern. Wenn jetzt ein Held kommt, wo ich wirklich zu 100% sage, dieser Held sorgt dafür, dass ich das Spiel wieder anfange, dann kann es sein, dass ich da reinschaue. Oder diese Waffen oder diese Map. Ich muss wirklich so dieses Wow-Gefühl haben, dass ich es will. Und wenn es denn so ist, dass dieses Gefühl da ist, dann schaue ich rein. Aber die Playlist und Apex an sich ist beendet. Das heißt so viel wie, man wird es auch auf YouTube sehen, da ist in den Klammern beendet, Projekt beendet oder was auch immer. Und man muss auf jeden Fall keine regelmäßigen Updates mehr erwarten, also keine regelmäßigen Videos mehr. Das heißt, je nachher ist Schluss. Wenn jetzt aber ein Update kommt, wo ich sage, okay, der Held ist awesome. Wir hatten ja vor kurzem erst diesen Held, diesen Cowboy. Der interessiert mich nicht, die Bohne, deswegen kommt da nichts zu. Wir haben auch schon ein paar neue Waffen. Ich glaube, ein Bogen ist dabei oder so. Auch kein Interesse. Und ich weiß nicht, ob es schon wieder eine neue Map ist, aber wenn ja, habe ich auch kein Interesse daran. Wenn jetzt eine Map kommt, eine Waffe oder ein Held, wie gesagt, wo ich sage, mein Gott, ist das geil. Dann gehe ich wieder in das Spiel rein, dann werde ich wieder eine Runde spielen und werde es mir anschauen. Solange das aber nicht ist, werde ich einfach jetzt so weitermachen wie bisher und einfach das jetzt alles beendet haben. Man hat eine ordentliche Video-Auswahl, da sind ja ordentliche Videos dabei, eine Menge, mit vor allem vielen verschiedenen Runden. Und vielleicht mal mit Freunden eine Runde extra, wenn ich mal so mit ein paar Freunden spiele, mit zwei oder drei, je nachdem wie viel wir zusammenkriegen, spiele ich dann nochmal eine Runde Apex Legends. Das kann natürlich sein, aber solange erstmal da nichts mehr ist, was mich flasht, werde ich das Spiel einfach jetzt beendet haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, es ist ein richtig geiles Spiel. Gehört zu den besten Battle Royale-Spielen, die ich kenne. Das einzige andere, in Anführungszeichen Battle Royale, was ich noch weiterspiele, ist ja Hunt. Hunt ist für mich nichts anderes als, wie auch ein Battle Royale. Nur auf eine andere Art und Weise. Und ja, damit ihr es jetzt wisst, das ist der Grund, warum Apex Legends beendet ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich wirklich großartig noch andersweitig denke, dass ich es weiterspielen würde. Also ich habe natürlich ab und zu mal wieder dieses Verlangen auf einen schnellen Shooter. Darf ruhig auch ein bisschen futuristischer Look sein, dann kommt Apex in Frage. Aber die Battle Royale-Mechanik ist aktuell das, was mir nicht gefällt, weil ich mag es manchmal auch einfach nur, ein Team Deathmatch zu spielen. Capture the Flag ist selten dabei, aber manchmal, häufig habe ich wirklich Lust auf sowas wie Eroberung, Herrschaft. Suche und zerstöre tatsächlich auch, aber ich würde doch schon eher Titanfall anschmeißen, anstatt Apex. Aber ich möchte Titanfall zum Beispiel nicht auf meinen YouTube-Kanal bringen. Normalerweise spiele ich so gut wie nur noch Sachen, die ich auch auf YouTube bringe. Ist für mich einfacher, wenn ich spiele Spiele, an denen ich Spaß habe und die gleichzeitig für YouTube bringe, als wenn ich dann auch privat was ganz anderes spiele. Beispielsweise spiele ich auch privat sehr viel Hearts of Iron, aber gemoddet. Zum Beispiel der Old World Blues Mod ist eine meiner Lieblingsmods, die ich spiele. Und ich muss auch sagen, für YouTube ist das natürlich nicht machbar. Copyright-Geschichten sind da das Problem. Das liegt natürlich nicht an YouTube, sondern einfach, weil es einfach riesiges Copyright hin und her ist. Aber solche Sachen wie Hearts of Iron Standard ist natürlich kein Problem. Und deswegen, man sieht, dass ich spiele auch sehr viel Hand privat, gerade Quickplay. Und wenn bei Quickplay was Gutes rumkam, dann sieht man das natürlich auch auf YouTube. Aktuell solche Spiele wie Battlefield oder so, habe ich komplett aufgehört zu spielen. Ich dachte Battlefield 1 vielleicht auf YouTube bringen. Hatte ich schon ein bisschen was vorbereitet, aber Battlefield habe ich dann doch keine Lust gehabt. Vielleicht den neuen Battlefield-Teil, wenn der mich überzeugt, wenn es in die Beta geht und ich mir das mal angucken kann. Wenn er mich nicht überzeugt, dann natürlich nicht. Sonst ist vielleicht COD nochmal eine Hoffnung dieses Jahr. Ich wollte Black Ops Kultworm machen, aber da habe ich leider dann keine Zeit für gefunden, weil ich so viele andere Projekte hatte. Wenn jetzt noch sowas kommt wie ein zweiter Weltkriegsshooter von COD, war es das auch mit COD für dieses Jahr. Dann würde ich mich rein darauf konzentrieren, die Projekte, die ich habe, zu machen und keine anderen mehr. Das würde heißen, ich würde mich auch viel mehr versuchen auf die Qualität zu setzen, als die Quantität, die ich aktuell mache. Aber die Quantität wird jetzt auch langsam weniger. Ich habe noch ein ganz besonderes Projekt, was ich demnächst anfangen werde. Das ist ein sehr besonderes Projekt. Und zwar die 1914 bis 1918 Serie. Unter dem Namen Wer dann, Tamberg und demnächst gibt es noch einen anderen neuen Teil dazu. Euer Renske, haut rein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017